Musik Einsteigen bitte in Mode-Express. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Achtet Sie jetzt auf das Mode-Journal von Ihrem GOP-Warenhaus. GOP informiert Sie über die aktuellste Herbst- und Wintermode 1982 und über den neuen SBB-Städtefahrplan. Nehmen Sie sich doch gerade das Glücks-Bilet. Und stempeln Sie es ab im Glücksautomat von Ihrem GOP-Warenhaus. Und darauf steht dann auch genau, was Sie gewonnen haben. Sie können gewinnen SBB Reise-Gutschein und SBB Speislagen-Gutschein. Einsteigen bitte nach Paris, Rom, Wien, Brüssel und Düsseldorf. Diese Reisen in diese führenden Mode-Städte können Sie zusätzlich mit diesem Jackpot losgewinnen. Jetzt aber bahnfrei für unsere jungen Locky-Führer. Holet euch in eurem GOP-Warenhaus einen Bastelbogen und zeigt uns, wie zukünftige Locken aussehen können. Zu Beginn gibt es 18 Märklin Eisenbahnwaren-Set. Es gibt 1'000 Eintritte ins Verkehrshaus in Luzern und 18 Reisen durch den Gotthard in Dessin. Und erst noch in Begleitung von einem SBB-Locky-Führer, der euch alles erklärt. Achtung, Achtung, Perron 1, Mode-Express zum GOP-Warenhaus. Einstiege bitte in die aktuelle Herbst- und Wintermode. Ein topmodischer Mantel aus Wolle und Kaschmir. Ebenfalls in verschiedenen Farben erhältlich. Das Kleine. Die aktuelle Trenchform aus echten, feinem Lamm-Napper-Leder. Kindermode im GOP-Warenhaus. Vattierte Kinderlernwerk mit Kapuze. Reizendes Wollandleibchen für die Kleine Lady. Sie und er sportlich elegant in reiner Baumwolle. Vattierte Herrenbluson Clay Ferry. Dammparker mit Borgfutter. Und dazu die modisch originelle Fliegerhose. Reizende Cocktailbluse mit Rüschenkragen. Dazu der verspielte Volantschub. Ganz in der Palette. Diese Pilotenjacke mit herausdrennbarem Futter. Die Manchesterhose mit Buntfall. Originell gestrickt. Mit Raducou. Der Hosenschub aus Tweed in verschiedenen Farben. Und jetzt, meine Damen und Herren, einsteigen bitte. In die Herbst- und Wintermode 82 erhältlich in Ihrem GOP-Warenhaus. Zuerst gehen wir aber noch in die Studioküche. Guten Abend miteinander. Heute machen wir nach dem Rezept vom GOP-Metzgermeister ein Lamm-Scheigot vom Grill. Hier ein paar nützliche Tipps für die Zubereitung. Tue Sie Ihren Grillrost sehr gut vorheizen. Der Gigo verliert beim Grillieren viel Fett. Damit das nicht einbrennt, geben Sie ins Auffangblech ein bisschen Wasser. Ihr GOP-Metzger nimmt ein Schlossbein vom Gigo gerne raus, damit Sie ihn besser aufschneiden können. Und so wird tranchiert. Zuerst von der dicken Seite vom Gigo ein paar schöne Dranchen schneiden. Quer zur Fasern. Dann erst die waagerechte Scheibe schneiden. Längs zur Fasern. So. Bis auf den Knochen. Am Schluss halten Sie den Gigo leicht schräg. Das Rezept Gigo vom Grill finden Sie diese Woche in der Coop-Zeitung. Ich wünsche einen guten. So, das wäre es gewesen. Einen guten. Und noch eine schöne Fahrt. Aber jetzt achten Sie noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Der Satrap Raclette Tischgrill für sechs Personen gibt es jetzt statt für 99 für nur 79 Franken. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP. Midding-Gemüseplatte mit Champignons, Dose an 860 Gramm für nur 2,90. Tiefgekühlter Goldstarrspinat fixfertig 600 Gramm für nur 1,60. Konifere, zehn verschiedene Sorten. Eine Pflanze nach Wahl nur 5,50. Und nur morgen übermorgen und am Samstag. Orangensaft Happy Day zweimal ein Liter statt 2,50 nur 2 Franken. Gräbfrühsaft Happy Day zweimal ein Liter statt 2,80 nur 2,40. Tafeltrauben Alphonse Lavalé, das Kilo nur 1,90. Hier noch der aktuelle Preisschlager. Bei GOP gibt es jetzt Haushalt-Handschen, zwei Paare für nur 1,90. Auf Wiedersehen. Bis am nächsten Mittwoch. Bis am nächsten Mittwoch.